Ruben, was bleibt hängen? 0-1 verloren gegen Würsendorf, Platz 15 in der zweiten Linie. Damit geben wir in die Wänderspielpause. Ja, es ist extrem enttäuschend, vor allem, weil wir in den Fehler von mir in den Rückschritt passen. Das darf nicht passieren. Aber es war, zu meiner Sicht, verdammte zwei Tage. Es war noch viel besser. Ich habe noch mehr oder andere Teufel. Und heute haben wir noch viel gekriegt. Ja, ich war einer meiner ersten Szenen, weil ich die ganze Woche nicht mehr hatte. Und dann kam so ein komischer Ball, wo ich ein bisschen Angst gehabt habe, weil ich mich wirklich so gut gefraut habe. Und dann habe ich mich einfach schütteln. Ja, habe ich gut gemacht. Ja, genau. Ja. 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 Ja.